. 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 das kann man noch das gibt es noch da kann man nichts weiter naja nein, das machen wir weg, das sieht nicht aus sonnenblende ja, was machen wir hier, ne, das, 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 das das weiß ich noch nicht da hinten können wir gar nichts machen da haben wir ja so ein rundum Licht haben wir ja all right Amen. Amen. Und vorne machen wir hier nur so zwei. Und da, fertig. Oder gibt es hier noch einen? Nein, den hier. Die reichen. Mehr machen wir nicht ran. Dahinten machen wir noch was. Wir haben da irgendwo die Flaggen gehabt. Irland. Italien. Wollen wir mal noch? Ach. Machen wir noch. Norwegen an. Wärte ich aus. So. Die Felgen sehen ja nicht schlecht aus. Ne? Immer, immer, immer Michelin. So. Ja, die Felgen lassen wir ab. Oh, das zeigen wir mal ein. Mal in. Mal in. Mal hier machen können. Aha, aha, aha. Gibt ja nicht viel hier. Wof, 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 wof. Mann, der dunkel. Das hell. Was können wir hier machen? Also, Denkrad können wir nicht ändern. Was ist das hier? Komplizett. Was gibt's denn da? Kann man kaum mal den stellen. Da geht Platz. Keem Platz. Na, guck euch. Das ist ja schlimm. So. So. Was machen wir da hin? Hm. Das gefällt mir grad alles nicht. Was ist das denn hier? Keine Spiegel an der Seite. Was ist denn das? 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 So, dann hängt kleines Mal hier unten den hier den hier Krone 1, 2, 3 Michelin bin ich Michelin spinnt Michelin spinnt Gut, ja Euro und den hier was auch immer das ist hier ETRC keine Ahnung war bei diesem komischen Pack dabei ja, Navi haben wir hier nehme ich mal an, dass das ganz gut zu sehen ist so sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen ja ich bin gespannt, ob das was wird so, wo wir kaufen wir kaufen und hoffen, stürzen nicht ab ab nein, war haben wir den jetzt oder haben wir den nicht das ist ein Ding, ja da habe ich auch manchmal immer mal ein Chat vor bevor ich den eingespeichert habe dass er dann hier abkacken tut ja, seit dem 22. habe ich hier ja, hat das nicht mehr funktioniert dann so, dann haben wir den hier müsste er hier drin sein da ist er wollen wir mal sehen wir steigen mal rein geht er? geht er nicht ich kaufe ja, ich weiß nicht, ob das hier nochmal ist hier hier hinten, ne das dann so weit raus hängt wenn der das nicht hat also nix hinten dran hat oder ob der das nicht hochklappt normalerweise ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung wenn man das wüsste, ne mal kicken, ob das überhaupt alles so funktioniert hier oh ja da yong gut total oh ja m הנ 1 0 2 0 3 1 0 0 1 also laut ist ja gar nicht muss man mal sagen das ist alles es äußerst tief vorne vorgelegt wahnsinn sieht nicht schlecht aus ich bin ja kein freund von mercedes aber es gibt auch da ein mod fracht mod und deswegen ist das ding schon wieder total interessant geworden deswegen habe ich das ja auch mehr besorgt ja auch hier cool cool muss ich schon sagen muss ich sagen gut gut nur hier kriege ich nicht mein eigenes Nummer Schild bei denen was ich normal immer hab aber das werden wir auch überleben ja da freut mich schon drauf auf eine Tour mit dem so so viel zu diesem wie nennen die sich Traktor Traktor ja mercedes Traktor das ist noch ich finde also der ist ganz gut gelungen muss ich sagen ich weiß nicht ob der andere da ob der auch noch geht weiß ich nicht könnte den ja mal probieren zu aktivieren weiß nicht muss man sehen ich weiß nicht ob das 1,30 ist oder was wenn man Glück hat geht er aber müssen wir nicht unbedingt haben der scheint da zu sein auf jeden Fall werden wir mit denen den werden wir noch öfter sehen wenn wir da durch die Gegend rauschen so dann mal das soll es erst mal gewesen sein hier von dem neuen Mercedes Traktor das ist das Arthros oder so da müsste ich erst mal kicken genau Mercedes-Benz Arthros genau so sieht es aus ja nicht schlecht so dann sage ich mal Dankeschön für das Interesse und machs gut bye bye tschüss Arbiderci machs gut Nachbarn